Mischgemüse, Mischgemüse Noch ungefähr 300 Tage bis zu den Olympischen Sommerspielen in London, aber ich bin jetzt schon hier. Ich bin schon etwas länger hier, ich bin schon fast drei Jahre hier. Und ich trainiere jede Woche dreimal, um bei 40.000 Meter Brust für Kenia den Start zu geben. Kenia hat Läufer, Kenia hat Naturschutzgebiete und Kenia hat einen Präsidenten, aber Kenia hat keinen Schwimmer, der über die 40.000 Meter Brust bei den Olympischen Spielen hier in London an den Start geht. Ich war hier in der kenianischen Botschaft. Ich hab gesagt, hello, I want to swim for your country. Ich war da in Badehose und mit, ne. Ich hab gesagt, ey, in Ogumchi, da nennt man mich auch das wiedergeborene Stück Holz. Ich liege wie ein Astbalzerholz im Wasser. Und auch der kenianische Botschafter hat gesagt, hey, auch wenn du nicht so aussiehst wie ein Kenianer oder ein Stück Holz, auf jeden Fall hast du etwas, hinter dem du diese ganzen Oberflächlichkeiten verschwinden lassen kannst. Eine Maske des Erfolgs. Wo ist sie denn? Das war schon gut. Ganz Kenia steht hinter mir. Kenia möchte nichts ähnlicher als eine Goldmedaille bei den Herren über 40.000 Meter Brust. Das war wirklich einfach nicht. Hurraren wurde keiner. Danke. Danke. sti-